Das Ruhmboot Vakantis Kustpark Klein-Pörland liegt in Rinesse in Seeland. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Ruhmboot Vakantis Kustpark Klein-Pörland eine Weiterempfehlungsrate von 56%. 36 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Service. 4,5 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4,4 von 6 Sonnen. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,3 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,2 von 6 Sonnen bedanken. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,5 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.